Die Sprache, die von nicht-determinierten oder nicht-deterministischen Turing-Maschinen akzeptiert wird, wird auch von einer Standard-Turing-Maschine akzeptiert. Das heißt, dieses Maschinenmodell ist erstmal nicht mächtiger als das Modell der Standard-Turing-Maschine. Um die Idee von dem Beweis zu erläutern, gehe ich nochmal auf dieses Beispiel hier. Und der Sprache, ja, der Nicht-Prim-Zahl, ich hatte gerade gesagt, wenn wir jetzt eine Nicht-Prim-Zahl da reingeben, eben hatte ich die 27 als Beispiel, ja, dann gehen wir irgendwie hier durch, wir raten eine Zahl, dann hatte ich gesagt, naja, wir raten jetzt irgendwie systematisch zwei natürliche Zahlen. Und das kann ich natürlich jetzt so machen. Und zwar machen wir das an diesem Beispiel nochmal, ich schreibe das mal ausführlich hin. Wenn wir jetzt eine Standard-Turing-Maschine machen wollen oder bauen wollen, die die gleiche Funktion hat wie diese nicht-deterministische Turing-Maschine, dann müssen wir irgendwie die möglichen Konfigurationen oder die möglichen Rechnungen, die so eine nicht-deterministische Turing-Maschine ausführen kann, müssen wir irgendwie simulieren. Und ich hatte Ihnen das ja eben gerade erläutert, wie denn eine nicht-deterministische Turing-Maschine arbeiten kann, um hier so ein Wort zu akzeptieren beziehungsweise nicht zu akzeptieren. Ich hatte gesagt, naja, wir raten mal hier immer zwei Zahlen und das kann ich natürlich völlig beliebig machen. Ja, dass ich wirklich ganz beliebig vorgehe und dann wird die Wahrscheinlichkeit, naja, dass ich dann wirklich den richtigen Treffer dabei habe, wird äußerst gering sein. Ja, oder ich kann mit einer gewissen Systematik da rangehen und sagen, naja, ich fange mal irgendwie bei kleinen Zahlen hier an. Das hatte ich ja eben gesagt. So, ich nehme hier die 2, hier die 2, 2 mal 2 macht 4, A ist noch nicht unser 27. 2 mal 3, 6 ist auch nicht unser 27. 2 mal 4, auch noch nicht. Jetzt kann ich, ich muss sozusagen an diesen beiden Stellen, muss ich variieren, wo ich hier meine Zahl rate. Das heißt, was wir tun müssen, wenn ich das jetzt quasi mit einer nicht-deterministischen Maschine machen möchte, dann müssen wir die möglichen Rechnungen der nicht-deterministischen Turing-Maschine simulieren. Und dazu müssen wir die Rechnungen systematisch durchlaufen, oder die möglichen Rechnungen oder die möglichen Konfigurationen. Wie hieß das Ding in 2 mal Rate zahlen, ne? Rate zahlen ist es genannt. So, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt diese beiden Schritte hier, wo ich zweimal eine Zahl rate, systematisch durchlaufen, kann ich das ja auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Ja, ich könnte sagen, sagen wir mal so, ich schreibe die mal irgendwie hin, so als so ein Tupel PQ. Ja, das ist sozusagen, sind die beiden Faktoren, mit denen ich da in meiner Turing-Maschine an den Start gehen möchte. Ja, dann könnte ich ja so anfangen, ich nehme als erstes 2,2, als zweites nehme ich 2,3, als drittes nehme ich 2,4, als viertes nehme ich 2,5 und so weiter. 2,2,2, was passiert hier? Wenn ich sozusagen hier quasi bei der zweiten Zahl, die ich hier rate, sozusagen erstmal immer in die Tiefe runtergehe. Das ist so was, wie so eine Tiefensuche mehr oder weniger. Ja, ich steige da irgendwie ganz tief hinab bei der zweiten Zahl, da komme ich nie zum Ende, ne? Ich komme nie dahin, dass ich sozusagen hier vorne auf die 3 überspringe. Das heißt, viel schlauer wäre es eigentlich irgendwie so zu machen. Ich fange mit 2,2 an, dann mache ich beispielsweise 2,3, dann mache ich 3,3, dann mache ich 3,4, dann mache ich 3,5. Da kann ich mir jetzt irgendwas überlegen. Ich könnte jetzt immer sagen, so, da gehe ich jetzt weiter beispielsweise bis 3,10. Dann lasse ich irgendwie, die habe ich dann alle, dann setze ich den nächsten fort. 4,3 habe ich dann schon, dann muss ich noch irgendwie 4,4 machen. Dann kann ich 4,5 machen, dann kann ich 4,6 machen, auch beispielsweise bis 4,10. Dann setze ich den nächsten irgendwie hoch. 5,6, 5,7 bis 5,10. Also, dass ich sozusagen beide, lasse beide Faktoren in einer gewissen Systematik anwachsen. So, was ich dann natürlich habe, dann komme ich auch irgendwann hier auf meine 3,9. Ja, und wir hatten ja gesagt, wir steigen da mit der 7,20 ein. Dann finde ich das Ding dann auch. Wenn ich jetzt hier oben so vorgegangen wäre, ich lasse erst, setze die erste auf 2, ja, und dann lasse ich die zweite einfach ansteigen. Dann besteht hier die Gefahr, dass wir nie zum Ende kommen, ja, weil ich kann ja hier für den zweiten Faktor beliebig groß werden, ja, und dann erreichen wir nie eine Haltekonfiguration. So, wenn wir das jetzt ein bisschen verallgemeinern. Und jetzt gehe ich mal hier zu dem Ding über. Wir können bei so einer nicht-deterministischen Turing-Maschine so genannten Konfigurationsbaum aufbauen. Das ist ähnlich, wie wir das bei den kontextfreien Grammatiken gemacht haben. Da haben wir ja auch Ableitungen betrachtet und uns diese Ableitungsbäume angeguckt. Was ist ein Konfigurationsbaum? Startpunkt ist unsere Startkonfiguration S und dann das Eingabewort auf dem Band. Das ist quasi unsere Wurzel, unseres Konfigurationsbaums. So, und dann muss ich mir angucken, wie viele Möglichkeiten habe ich denn jetzt, um von dieser Startkonfiguration aus eine Nachfolgekonfiguration zu erreichen. Ja, und da habe ich beispielsweise, komme ich da zu einer Konfiguration C1 bis zu einer Konfiguration beispielsweise CR. Was habe ich genau dann, wenn ich R-Möglichkeiten habe? Bei dem Beispiel, was wir hier eben hatten, haben wir hier beispielsweise genau zwei Möglichkeiten. Ja, an dieser Stelle habe ich eine Konfiguration und dann nehmen wir die hier. An dieser Stelle haben wir genau zwei Möglichkeiten, ne, drei Möglichkeiten. Wir können immer hierher gehen, wir können hierher gehen oder wir können hierher gehen. Also, das ist einfach nur, ich spanne jetzt auf, die Möglichkeiten von einer Konfiguration auf die nächste überzugehen. Und kann mir dann so einen Baum aufbauen. Ja, der möglichen Nachfolger. Und hier auch genau das Gleiche wieder. Ich bin jetzt hier an der Konfiguration. C1, wie viele Möglichkeiten gibt es da, Nachfolgekonfigurationen auszugeben oder einzunehmen? Ja, auch da haben wir dann vielleicht beispielsweise, ich nenne die jetzt mal so, C11 bis C1R. Das sind die möglichen Nachfolgekonfigurationen. Hier genau das Gleiche. Wir überlegen uns gleich, wie groß diese Zahl R hier ist. Was passiert jetzt, wenn wir so eine nicht-deterministische Turing-Maschine haben? Ja, das sind sozusagen alle möglichen Rechnungen, die durchlaufen werden können, sind quasi Wege hier in diesem Baum, den ich da aufbaue. Ich fange immer hier oben an, bei der Startkonfiguration. Ja, und jede Möglichkeit, eine Rechnung auszuführen. Ja, dafür gibt es dann letztendlich auch einen Weg in diesem Baum. So, und die Gefahr besteht, wenn eine Rechnung natürlich nicht anhält. Das schreibe ich nochmal auf hier, so als Zwischenergebnis. Jede Rechnung der Turing-Maschine oder der NTM entspricht einem Weg in diesem Baum von der Wurzel, das ist unsere Startkonfiguration, bis zu einem Blatt bzw. Knoten in diesem Baum. Wenn es tatsächlich ein Blatt ist, das heißt, dann haben wir irgendwie angehalten. Mit einem Blatt ist ein Haltezustand erreicht. Es gibt aber auch unendlich tiefe Wege in diesem Baum. Ja, und zwar, wenn ich beispielsweise mir nochmal dieses Beispiel hier angucke, auch wenn ich wieder hier in dieser Turing-Maschine bin, wo wir das Teilwort ABA erkennen möchten, ja, wenn ich an dieser Stelle hier unten angekommen bin, das ist ja eine Endlosschleife, die ich da produziert habe. Das heißt, wenn ich eine Konfiguration habe, dann gibt es auch immer eine Nachfolgekonfiguration. Ja, sozusagen der Übergang zur Nachfolgekonfiguration, der ist ohne Bedingung, das ist diese Schleife hier ohne Bedingung. Ja, das heißt, da geht es eigentlich unendlich tief in diesen Baum hinein. Das Ding hört nie auf. So, und die Idee bei dem Beweis von diesem Satz ist nun, ja, dass einmal auf jeder Ebene es nun eine endliche Anzahl möglicher Nachfolgekonfigurationen gibt. Ja, und dass wir die jetzt irgendwie systematisch durchlaufen müssen. Ja, dass wir jetzt nicht von hier oben durchgehen und, ich sag mal so, ein, zwei nach unten verfolgen. Also, das wäre ja eine Tiefensuche. Haben Sie irgendwie bei Algorithmen kennengelernt, wenn ich so einen Baum durchlaufe oder einen Graphen durchlaufe, dann kann ich das einmal typisch machen. Aber wenn ich das systematisch machen möchte, kann ich das einmal per Tiefensuche machen oder per Breitensuche. Bei einer Breite gehe ich sozusagen, gucke ich mir von einem oder an einer Stelle die möglichen Nachfolger an. Oder wenn ich eine Tiefensuche mache, gehe ich von einem zum nächsten Nachfolger über, von dem wieder zum nächsten Nachfolger. Da würde ich unendlich tief möglicherweise in diesen Baum hinabsteigen. Also, Idee des Beweises durchlaufe, den Konfigurationsbaum systematisch per Breitensuche. Ja, und wenn es eine Haltekonfiguration gibt, dann wird die auch erreicht. Das, was ich hier eben an dieser Maschine mit dem Zahlenraten erläutert hatte, ja, da würde ich, wenn ich sozusagen nur der eine Zahl, eine dieser beiden Zahlen immer anwachsen lassen würde, ja, dann würde halt die Gefahr bestehen, dass ich hier unendlich tief hinabsteige und nie zum Ende komme. Wenn ich nicht rein zufällig gerade dann eine Faktorzerlegung treffe, die dann gültig ist. Also, darum muss ich irgendwie da so ein bisschen systematischer durchgehen, beide Zahlen quasi mitführen. Um dann auch eine mögliche Faktorzerlegung zu finden. Also, Idee des Beweises durchlaufe, den Konfigurationsbaum systematisch per Breitensuche. Ja, das will ich jetzt ein bisschen skizzieren. Und zwar, obwohl es gegebenenfalls unendlich viele, ist die Anzahl der Nachfolgekonfigurationen immer endlich. Und zwar, wenn wir nämlich in einem bestimmten Zustand sind, wenn wir einen bestimmten Zustand Q aus K haben und ist A aus Sigma das aktuelle Zeichen, was kann da nämlich nur passieren? Nun, dann können wir maximal K plus 1 viele mögliche Nachfolgezustände annehmen. Ja, weil mit einem Übergang gehen wir von diesem Zustand Q ja entweder über in den Haltezustand, das ist sozusagen das Plus 1, oder in einen der anderen Zustände aus K. Ja, das heißt, entweder bleiben wir in K oder wir gehen halt in einen der anderen Zustände aus K. Das macht in Summe K plus 1 mögliche Kandidaten für den Nachfolgezustand. So, und dann haben wir ja nur die Möglichkeiten, entweder der Kopf bewegt sich nach links oder nach rechts, das sind zwei mögliche Nachfolgekonfigurationen, oder wir schreiben irgendein Zeichen. Ja, und wir sind von dem endlichen Alphabet ausgegangen. Es werden höchstens die Anzahl von Sigma verschiedene Zeichen geschrieben oder die Maschine nach links oder rechts. Was anderes kann die Maschine nicht machen. So, das sind alles endliche Werte. Wie gesagt, K plus 1, Anzahl oder Größe von Sigma ist auch eine endliche Zahl, ja, und hier, wir können auch nach links gehen. Das heißt, das R, was wir da eben identifiziert haben, ja, das ist eigentlich gerade das Maximum. Das ist hier unsere Übergangsrelation. Das haben wir ja gesagt, das ist immer eine Menge, ja, das sind sozusagen die Menge der möglichen Aktionen, die ich ja durchführen kann. Wenn ich in einem Zustand Q bin und ein Zeichen A habe, so, das ist auf jeden Fall eine endliche Zahl. Ja, und das Maximum über alle möglichen Kombinationen, die ich hier habe, für alle Zustände Q, für alle Zeichen A, das ist sozusagen unser R. Das ist die Anzahl, die größtmögliche Anzahl der Konfigurationen, die hier als Nachfolgekonfigurationen erscheinen können. Das ist also die maximale Anzahl an möglichen Nachfolgekonfigurationen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt der Rechnung. So, was wichtig ist, diese Zahl hier, die hängt nicht von der Eingabe ab, die hängt nur von der Maschine ab, weil hier fließen ja sozusagen nur die Informationen aus der Maschine ein, aus dieser Übergangsrelation. Ist unabhängig von der Eingabe und hängt nur von der Turing-Maschine ab. So, sei also M eine nicht-deterministische Turing-Maschine. Wir konstruieren jetzt eine Standard-Turing-Maschine M', die die Arbeit von M nachbildet und zwar wie folgt. Und zwar machen wir das mit drei Bändern auf Band 1. Da schreiben wir das Wort rein, W. Also wir möchten jetzt diese nicht-deterministische Turing-Maschine sozusagen simulieren. Ja, und diese nicht-deterministische Turing-Maschine, die wenden wir jetzt auf irgendwas an, nämlich auf eine Eingabe, und zwar auf das Eingabewort W. Das ist die Eingabe für die nicht-deterministische Turing-Maschine M. Das bleibt auch die ganze Zeit da stehen. Das bleibt die ganze Zeit unverändert auf dem Band 1 stehen. Auf Band 2 wird die Simulation der Turing-Maschine M ausgeführt. Das heißt, da wird initial das Wort W draufgeschrieben. Ja, und dann wird quasi auf diesem Band gearbeitet, so wie M das tun würde. Und auf dem dritten Band, da führen wir im Prinzip eine gewisse Form der Buchhaltung, welchen Weg wir in diesem Konfigurationsbaum jetzt gerade verfolgen. Ja, und was wir hier machen müssen, hier müssen wir, ja, was ich eben schon mal sagte, systematisch in einer Art Breitensuche durchgehen. Ja, das heißt, wir müssen uns irgendwie hier merken, wir sind in einer bestimmten, sagen wir mal, wir nehmen diesen Punkt hier, wir sind in einer Konfiguration. Und dann wird als nächstes der Schritt in diese Konfiguration durchgeführt. Und dann wird geguckt, ist das eine Haltekonfiguration. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir sozusagen wieder hier zurück und nehmen wir den nächsten Schritt, die nächste mögliche Konfiguration ein. Wenn das eine Haltekonfiguration ist, können wir anhalten, sind wir fertig. Wenn das nicht der Fall ist, gehen wir wieder zurück, nehmen wir den nächsten Schritt und so weiter und so fort. Ja, also jetzt nicht einfach von einer Konfiguration in die nächste hinabsteigen, in die nächste hinabsteigen. Also ganz wichtig, man macht hier irgendwie so eine systematische Breitensuche und nicht eine Tiefensuche. Also hier auf dem dritten Band, hier erfolgt die Buchhaltung für die zu durchlaufenden Konfigurationen. Wichtig, der Konfigurationsbaum darf nicht per Tiefensuche durchlaufen werden, da dann die Gefahr besteht, dass die Simulation niemals anhält. So, stattdessen durchlaufenden Baum in einer Breitensuche, dann kann die Haltekonfiguration, sofern vorhanden, gefunden werden. So, mit so einer Simulation können wir auch in der Tat dann feststellen, ob wir so eine Haltekonfiguration entdecken. Ja, also wir gehen jetzt hier, stellen Sie sich das einfach so vor, wir starten hier oben in der Startkonfiguration, laufen jetzt hier systematisch die Dinger durch, dann steigen wir eine Etage tiefer ab, laufen hier durch diese ganzen möglichen Konfigurationen, gehen dann hier zur nächsten über, die nächsten Konfigurationen. Ja, und wenn wir hier eine Haltekonfiguration erreichen, beispielsweise sei das eine mögliche Haltekonfiguration, dann kommen wir da auch wirklich an. Ja, und wenn wir jetzt per Tiefensuche hier durchgehen würden, dann könnte es sein, dass wir uns hier unten runterlaufen und dann entsprechend verlaufen. Ja, das kann aber nicht passieren, wenn wir quasi wirklich so Schicht für Schicht da systematisch durchlaufen. So, und damit, ja quasi mit dieser Simulation, M Strich hält bei Eingabe W genau dann, wenn es im Konfigurationsbaum, wenn es überhaupt eine Haltekonfiguration gibt. Ja, und das ist aber genau dann der Fall, wenn M bei Eingabe W anhält. Und damit sind wir fertig, weil das ist ja genau das, was wir eigentlich zeigen wollten. Jede Sprache, die von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine akzeptiert wird, das ist ja gerade das Anhalten, Akzeptanz wird auch von einer Standard-Turing-Maschine akzeptiert. Jede Sprache, das ist ja gerade in der Stadt, das ist ja gerade in der Stadt. So, ich habe jetzt ein imaginar, das ist ja gerade in der Stadt. Vielen Dank.